Hallo zusammen, hier ist wieder euer Rickman, ich bin zurück mit einem neuen Video und es ist die erste PSA-PSA Group Submission und es ist die für den März 2022 und ich zeige euch jetzt, bisher habe ich nur Karten eingereicht für mich und für Freunde und jetzt gibt es seit kurzem auch den Grading Service über meine Website und jetzt zeige ich euch mal die Karten bzw. noch ein paar Sticker dabei, die die Leute bei mir eingereicht haben, die sich dann morgen auf den Weg machen Richtung PSA und wir gucken mal, wie lange das Ganze dauern wird und was für Grades dabei rumkommen werden, also es gibt dann immer diese Send-Off-Videos und es wird dann auch immer Return-Videos geben. Die Return-Videos werden erst veröffentlicht, wenn die Leute alle ihre Karten haben, weil nicht jeder möchte seine Grades vorher wissen, sondern die Karten dann selbst auspacken und dann fangen wir mal an und zwar direkt mit ein bisschen Fußball und zwar hat der gute Ilia ein paar Sticker bzw. eine Karte eingereicht und dann gucken wir mal uns erstmal die Karte an, ist eine Tops-Karte, Cristiano Ronaldo auf 5, 3 von 5, ist ein Purple, ist eine Celebration-Reihe für die Champions League, 30 Jahre Champions League und er hat hier einen 40-Yard-Strike gemacht, der Ronaldo, das ist diese Karte, sehr schönes Ding und dann haben wir ein paar Flachowicz-Sticker, Rookie-Sticker, 7 Stück an der Zahl, wird spannend auf jeden Fall, ob da eine 10 oder mehrere 10 dabei rumkommen, für ihn sicherlich am spannendsten natürlich, da ist der gute Flachowicz, dann noch bei Partisan Belgrad, ich glaube entweder Inter oder AC Mailand ist er jetzt, ich denke eher bei Inter Mailand und dann kommen wir zum nächsten Submitter und es ist der Noah und der gute Noah hat einen Sticker eingereicht und das ist ein Erding-Halland-Sticker, ebenfalls Rookie, ein Rookie-Sticker aus der Fußball-Bundesliga in Österreich und dann geht es weiter, der Sticker wurde mal eine Zeit lang mit richtigen Unsummen gehandelt, dann kommen wir zum guten Dominik, nur was vergessen, kommen wir zum guten Dominik und er hat einmal den guten LeBron James mit dem National Pride Blue Mosaic und die ist numbered auf 99, die 20 von 99, dazu gesellen sich Jama Chase, die Silber Mosaic-Rookie, die True-Rookie und dahinter ist Tyrese Halliburton mit dem Rated Rookie-Holo, drei sehr schöne Karten, viel Glück auf jeden Fall, die Karten sind alle für unterschiedliche Submission-Levels, also da ist Economy dabei, Regular ist dabei, Express, Super-Express, teilweise Dual-Grade, also dass auch das Autogramm gegradet wird, als nächstes haben wir den Paul, der Paul hat eine schöne LeBron James Karte eingereicht und zwar Bowman Chrome haben wir hier und es ist ein Refractor, Refractor ist ja quasi das Prism von Topps und die ist auf 249, sehr sehr schöne Karte, einmal für den Paul und dann machen wir weiter mit dem Emre, der Emre hat auch eine Karte eingereicht und es ist eine aus der Donruss Road-to-Katar-Box, ein Optik-Preview nenne ich es mal, ein Optik-Parallel und es ist eine Black Velocity, Cristiano Ronaldo und die ist numbered auf 25, hier im Portugal-Jersey, eine sehr schöne Karte auch, finde ich, Black Colossity sind einfach supergeil, gibt es ja beim Basketball zum Beispiel auch und dann kommen wir zum guten Yannick, auch er hat zwei Fußballkarten eingereicht, einmal eine HW Elliott, Match-Attacks und die sollte auch numbered sein, genau auf 299 und eine Jamal Musiala, Topps Chrome Champions League, Rookie-Karte, Blue Refractor, numbered auf 150, sehr schöne Fußballkarten, ist auch mal cool für mich, ein paar Fußballkarten so zu sehen, was die Leute so haben und so einreichen, aber dann geht es jetzt weiter mit Basketball und der gute Kim hat was eingereicht und da haben wir einmal eine Rookie-Autogramm-Karte von Chris Paul, SP Authentic das Ganze und die ist numbered auf 1299, hier die 377, sehe ich auch sehr schönes Ding, finde ich echt cool hier mit diesem Silver Bar, sage ich mal in der Mitte, einmal Chris Paul mit dem SP Authentic Rookie Autograph, Upper Deck ist das Ganze, Sticker wieder richtig rum drauf und es geht weiter mit dem Sebastian, dann eine Karte, die er bei mir im Group Rate gezogen hat, das ist der Justin Herbert Peacock, das Mosaic Case-Hit, nenne ich es mal Case-Hit aus Mosaic Choice, eine sehr schöne Karte, weiter geht es mit dem Christopher, ebenfalls bei mir im Group Rate gezogen ist die Jalen Green, Laser, auf 99 das Ganze, aus Donruss Rated Rookie, Laser Autograph, sehr schön und dann kommen wir direkt zur nächsten Karte, die im Group Rate gezogen wurde und es ist eine Einrechnung von Amar, wieder ein Peacock, dieses Mal aber Basketball, nicht Football und es ist Paul Pierce mit dem All-Time Greats, ebenfalls natürlich eine sehr, sehr schöne Karte, allgemein, eigentlich fast nur, eigentlich nur schöne Karten hier, deshalb ist es schon richtig, richtig geil auch zu sehen, was die anderen Leute so haben und dann kommen wir zum Benni und der Benni hat eine Patrick Mahomes Rookie Karte eingereicht, aus Absolut, Rookie Roundup, sehr schön, kann man unter anderem aus diesen Blasterboxen pullen, viel Glück auf jeden Fall Benni und auch allen anderen und dann kommen wir zum Torben und der Torben hat natürlich ein paar massive Bretter eingereicht, unter anderem hat er ja beim Choice Break, beim Half-Case Break, bei mir richtig abgeräumt und davon sind einige Karten dabei, aber auch noch ein paar andere und dann fangen wir mal an, wir haben Jonathan Kuminga mit dem Blue Choice Autograph und die ist auf 49, sehr, sehr schöne Karte, dahinter ist Evan Mobley mit dem Choice Autograph, wir haben die Steph Curry, One-of-One, Black Choice, Wahnsinns-Ding, gefolgt von LeBron James mit dem Black & Gold auf 8 und natürlich der Steph Curry, ebenfalls Black & Gold auf 8, auch aus dem Group Break. Weiter geht's mit Kate Cunningham auf 99, mit dem Red Choice, auch sehr, sehr schönes Ding, schönes Team-Color-Match und weiter geht's mit Luka Doncic mit dem Stained Glass aus der 2020-2021er Saison, sehr schön. Dahinter ist Tyrese Halliburton mit dem NBA-Debüt, Red & Yellow und die ist auf 88, gefolgt von Davian Mitchell, die 10 von 10, Choice Gold, sehr, 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 sehr sicke Karte, wahnsinniges Ding. Da kann man dem guten Torben nur Glück wünschen bei seinen Submissions, Wahnsinn, bin echt auf die Return-Videos gespannt, auf das Return-Video gespannt oder Videos, die brauchen ja wahrscheinlich unterschiedlich lang die Karten, dann gibt's auch unterschiedliche Videos. Dann kommen wir zum Dominik, der Dominik hat auf jeden Fall ein paar dicke Fußballkarten noch eingereicht, unter anderem ein Diego Maradona Autogramm auf 25 aus Immaculate und es ist hier Related Signatures, einmal Diego Maradona, sehr, sehr schönes Ding und weiter geht's mit Kai Havertz aus der Tops Museums Collection, hier auf 25, hier Ruby müsste es sein, Ruby Parallel, also Patchkarte und Autograph Kai Havertz und wir machen weiter mit Ryan Gravenberg, der mit Bayern in Kontakt steht oder wahrscheinlich zu Bayern München wechseln wird und wir haben hier wieder, das Ganze nennt sich Museum Autograph Relic und ist auf 50, sehr schönes Ding, also hier auch Patch und Autograph Mr. Gravenberg, geht's weiter mit dem nächsten Topstar Christian Pulisic oder Pulisic sagen wir ja eigentlich, Pulisic sagen ja irgendwie die Amis oder so, Octane Signatures, die gab's ebenfalls in Immaculate zu finden, auch wenn die Karte irgendwie aus 2019 zu sein scheint, aber die waren irgendwie dieses Jahr in Immaculate Soccer drin, On-Cart Autograph, sehr, sehr cooles Ding und zu guter Letzt haben wir Alphonso Davies mit der Rookie of the Season Patch Autograph, Tops Now müsste das sein, auf 50, sehr, sehr cool, 20 von 50, Alphonso Davies und dann kommen wir zu guter Letzt, zu meinen eigenen Karten, die ich dieses Mal einreiche zur PSA, da ist der gute Rickman und wir haben einmal ein Rookie Ticket On-Cart Autograph von James Wiseman in der Variation, genau das gleiche von Patrick Williams, dann Desmond Bain mit dem Mosaic Autograph, genauso wie Tyrese Maxey, beides die Base Mosaic Autographs, sehr schöne Karten, dahinter dann ein Rookie Ticket Green Shimmer, Cole Anthony, ebenfalls On-Cart Autograph und dahinter ist Magic Johnson mit dem Blue Optic Signatures, auf 25 ist die, sehr, sehr schöne Karte, gefällt mir richtig gut vom Design her und zu guter Letzt noch für die Base Card Shredders eine gemeinsame Einreichung aus unserem Flawless Koffer und zwar die, das Okongwu Vertical Patch Autograph auf 25, die 7 von 25, also Jersey Number in the House und wenn er nur die 7 hat, ich denke er hat die 7 und das war es dann von unserer Seite, gut, ich hoffe das hat euch gefallen, vielleicht seid ihr dann beim nächsten Mal ja auch in diesem Send-Off Video dabei, gerne mal bei RickmanBreaks.de vorbeischauen und gucken, ob da was für euch dabei ist, was PSA angeht und ansonsten lasst gerne Likes da, abonniert gerne den Kanal und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, bis dahin, euer Rickman, Rips!